Aus dem Buch Theodor Storms Weihnachten Theodor Storm schreibt an seine Eltern, Heiligenstadt, 20.12.1856. Es wird Weihnachten, mein ganzes Haus riecht schon nach braunem Kuchen, versteht sich nach Mutters Rezept und ich sitze sozusagen schon seit einer Woche im Scheine des Tannenbaums. Ja, wie ich den Nagel meines Daumens besehe, so ist auch der schon halbwegs vergoldet, denn ich arbeite jetzt abends nur in Schaumgold, Knittergold und bunten Bonbonpapieren und während ich Netze schneide und Tannen in Fichtenäpfel vergolde und die Frauen, das heißt meine Frau und Röschen, Espels Puppe ausputzen, liest Onkel Otto uns die Klausenburg von Tieg vor. Oder gibt hin und wieder eine Probe aus den Bilderbüchern, die Hans und Ernst auf den Teller gelegt werden sollen. Gestern Abend habe ich sogar Mandeln und Zitronat für die Weihnachtskuchen schneiden helfen, auch Kardamon dazugestoßen und Hirschhornsalz. Den Vormittag war ich stundenlang auf den Bergen in den Wäldern herumgeklettert, um die Tannenäpfel zu suchen. Ja, ihr hättet mich sogar in meinem dicken Winter, so Thor, hoch oben in der Tannenspitze sehen können. Freilich hatte ich mich vorher gehörig umgesehen, denn der Herr Kreisrichter durfte sich doch nicht auf ganz offenbaren Waldfrevel ertappen lassen. Jeden Morgen die letzten Tage kommt der Postbote und bringt ein Päckchen oder einen Brief aus der Heimat oder aus der Fremde von Freunden. Die Weihnachtszeit ist doch gerade so schön, wie sie in meinen Kinderjahren war. Wenn nur noch der Schnee kommen wollte, wir wohnen hier so schön, einsam zwischen den Bergen, dann müsste der Weihnachtsbaum, wenn er erst brennt, prächtig in die Winterlandschaft hinausleuchten.